In der kaschmirischen tantrischen Massage werden die Energien in den Herzensraum gebracht, damit sie von da aus überfließen können. Tiefe Liebe und Geborgenheit können erfahren werden. Es geht um eine tiefe Entspannung und diese Entspannung wird ermöglicht durch die Energetisierung des Vagusnervs. Der Vagusnerv ist der zentrale Nerv des parasympathischen Nervensystems. Wenn ich mehr Energie habe im Vagusnerv, habe ich eine höhere Regenerationsfähigkeit. Die Basis der kaschmirischen Massage ist eine Tanzmeditation. In dieser Tanzmeditation dehne ich mich aus in den Raum, in den Raum, der überall um mich herum ist. Ich werde eins mit dem Raum, der überall um mich herum ist. Ich werde eins mit dem Universum. Diese Erfahrung des Einsseins mit dem Universum, diese Erfahrung der Weite, der Ausdehnung, bringe ich ein in die Massage. In die Massage mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. Ich bringe sie ein in das Wiegen meiner Partnerin, meines Partners, das Umhüllen, das Einhüllen meiner Partnerin, meines Partners und erfahre dadurch eine tiefe Geborgenheit und Liebe. Wenn du dabei sein möchtest bei dieser Erfahrung, wenn du die kaschmirische, tantrische Massage kennenlernen möchtest, erfahren möchtest, dann sei doch dabei bei dem Webinar nächstes Wochenende und bring bitte deinen Partner, deine Partnerin mit und melde dich einfach an. Namaste Ich bin ein in das Wiegen meiner Partnerin, meine Partnerin, meine Partnerin,